Hallo und herzlich willkommen im Ratgeberstudio. Heute geht es um das Thema, das wohl jeder kennt, mit Rückenschmerzen. Dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, den Diplomingenieur und Heilpraktiker mit 15-jähriger Berufserfahrung im Bereich regenerativer Heilschlaf, Herrn Ralf Wartmann. Ich grüße Sie. Dankeschön für die Einladung. Gerne, Herr Wartmann. Schön, dass Sie da sind. Ja, Rückenschmerzen. Ich glaube, ich prognostiziere nicht so viel, wenn ich sage, dass fast jeder unserer Zuschauer schon auf die ein oder andere Weise mit diesen Schmerzen zu tun hatte. Wie entstehen diese Schmerzen und wie vor allen Dingen kriege ich sie los? Also das ist natürlich ein größeres Thema, weil Rückenschmerzen ist ein sehr allgemeiner Begriff. Das kann durch Muskelverkürzungen entstehen. Wenn ich Muskelverkürzungen habe, das führt dann zu den Nackenverspannungen, zu den Rückenverspannungen, die wir alle schon gehört und gehabt haben, dann kann durch diese Verspannungen die Bandscheibe unter Mitleidenschaft gebracht werden. Weil wenn ich chronische, also immerwährende Verspannungen habe, chronisch heißt es zeitlich dauernd, dann kann die Bandscheibe nicht mehr sich erholen. Bandscheiben bestehen aus Wasser mit Gelee gebunden, dicke Lederhaut außenrum, Knorpel nennt sich das. Wenn das Wasser rausgequetscht wird und nachts regeneriert, am Tag rausgequetscht wird, nachts regeneriert, dann habe ich kein Problem. Wird tagsüber rausgequetscht und nachts Mangel regeneriert. Ich gehe dann zur Arbeit, nach zwei Stunden ist das Wasser raus, sechs Stunden arbeite ich auf dem Knorpel, dann habe ich einen Knorpelabrieb, Hüftgelenkprobleme, Rückenprobleme, Bandscheibenprobleme, Nackenprobleme. Der Atlas wird unter Mitleidenschaft gezogen, etc. Das heißt, anfangen tut alles mit Muskelverspannungen, durch Mangelregeneration in der Nacht und dann kann es weiter folgende Schäden geben an der Bandscheibe, eingeklemmte Nerven. Plötzlich wird der Ischiasnerv eingeklemmt, dann schleife ich mein Bein hinterher, dann habe ich Muskelbeeinträchtigungen im Bein. Das kann alles mögliche nach sich ziehen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass das nicht im alltäglichen Leben passiert, sondern eigentlich die Probleme erst entstehen in der Nacht, wenn ich nicht richtig regeneriere. Das ist der Umdenkprozess, den es mir wichtig ist, dass den Sie und jeder, der zuschaut, verstehen. Uns wird immer von der Schulmedizin weisgemacht, das hat damit zu tun, dass du dich falsch bewegst, zu wenig bewegst, einseitig belastet dich hast, falsche Bewegungen gemacht hast, etc. Da gibt es ja alle möglichen Anweisungen, wie man seinen Bierkasten hochheben soll, dass man in die Knie geht, etc. Der wahre Grund ist, dass unser Körper in zwei Modi aufgeteilt ist über die 24 Stunden. Es gibt einen Tagmodus, wo Adrenalin im Vordergrund steht und uns Aktivität gibt. Und dann einen Nachtmodus, wo Melatonin uns in die Ruhe führen sollte, damit wir komplett Reparaturarbeiten und Regenerationsarbeiten am Körper machen können. Wenn das gestört wird, durch eine schlechte Matratze, durch andere Einflüsse, die auf den Körper nachts einwirken, wie Elektrosmog und so ist ein großes Thema, dann habe ich diese Mangelregenerationen. Und die führen dann zu diesen Problemen. Und das wird in keiner Schulung, in keinem Studium heute gelehrt. Das wurde komplett außen vor gelassen. Wir haben also inzwischen ein Wirtschaftssystem, das natürlich kranke Menschen braucht, um weiter zu funktionieren. Und da wird es nicht gelogen, sondern es wird einfach weggelassen. Wenn die Gesamtgesundheit, ich sage es mal als Beispiel, aus zehn Komponenten besteht, wird halt nur noch von drei gesprochen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann entstehen diese Rückenschmerzen durch Mangelregeneration. In der Muskulatur, was natürlich mich zu dieser Frage bringt, wie erreiche ich den regenerativen Heilschlaf mit welcher körpergerechten Matratze? Ja, vielleicht kurz vorher noch. Es gibt zwei Koryphäen, wo es mich gefreut hat, dass die das bestätigt haben, was ich mit Kollegen zusammen herausgefunden habe. Das eine ist der Prof. Dr. Mede Diement aus dem Schlafforschungszentrum der Stanford-Universität in den USA. Der sagt klipp und klar, der Schlaf ist 90 Prozent unserer Gesundheit. Und zwar der regenerative Schlaf, nicht der koma-ähnliche Schlaf, wo ich halt irgendwie versuche, die Nacht rumzubringen, wo ich schon schlafe, aber morgens gerädert aufwache und denke, was ist denn los? Ich habe doch eigentlich gut geschlafen. Aber da waren dann halt Einflussfaktoren da, die den Körper nachts gestört haben in der Reparaturarbeit. Und deswegen hat die Reparatur unvollständig stattgefunden. Und da bin ich morgens geschlaucht. Der Zweite, der mir da ganz groß am Herzen liegt, ist ein Gelenkspezialist, ist einer, der sogar Seminare, Bücher über die Gelenke des ganzen Körpers geschrieben hat, der Herr Prof. Wittek aus Österreich. Und der sagt klipp und klar, die falsche Schlafunterlage ist Quelle oder zumindest Ursache durch Mangelregeneration von sämtlichen Rücken- und Gelenkproblemen. Und kann sogar die beste Therapie, die man für Rückenprobleme einleitet, wieder zunichte machen. Das heißt, wir machen eine Therapie, gehen nachts in ein Bett, wo wir es kaputt machen, gehen zur Therapie, Schlingentisch, Rückenschule, Rückenmuskelaufbau, Faszientraining, Dehnungsübungen für die verspannte Muskulatur, Massagen, bis hin zum Aquajogging und Nordic Walking und was weiß ich alles. Und gehen nachher in eine Matratze, wo man den Arm einschläft. Ich druck auf dem Hüftgelenk, habe meinen Körper verdrehen, muss die Muskulatur in Verspannung gehen, die Bandscheiben unter Druck stehen, die Nerven eingeklemmt werden. Und ich sage, ich habe Sport gemacht, ich habe alles getan und habe trotzdem Probleme. Also die Katze beißt sich eigentlich wieder selbst in den Schwanz. Herr Wartmann, noch mal zurück auf meine Frage. Welche Matratze kann das? Ja, da gibt es aus der Schlafforschung schon seit über 100 Jahren, seit dem Jahre 1903, ganz klare fünf Kriterien, die jede Schlafunterlage, und da muss man jetzt anstatt von einer Matratze schieren, von einem Schlafsystem sprechen, können muss, damit der Körper abschaltet. Es geht darum, dass wir den Körper dazu bringen, dass er nicht mehr wie am Tag in dem Abwehrmodus ist, sondern sich nachts komplett entspannt und sagt, ah, ich kann wirklich Tagesfunktionen alle abschalten und kann mich jetzt ganz auf die hausinterne Reparaturarbeiten, Renovierungsarbeiten konzentrieren. So könnte man sich das Bild nicht vorstellen. Und diese fünf Kriterien, ganz kurz gesagt, da müssen wir entweder ein anschließendes nochmal Video machen oder die Leute tun sich woanders noch mehr informieren darüber. Erster Punkt, kein Wasser, kein Strom, kein Metall im Bett, weil diese Materialien stören die Regeneration massiv. Wasser, Strom, Metall haben im Bett nichts zu suchen. Zweiter Punkt, eine Matratze muss sich 100 Prozent an mich anpassen oder ein Schlafsystem. Und zwar deswegen, dass ich in eine 100 Prozent Muskelentspannung gehe, damit die Bandscheiben dann ins Wasser ziehen und die Nerven nicht mehr eingeklemmt sind. Ich spanne mich also am Tag an, nachts entspanne ich komplett, komplette Aufbau wieder, komplette Regeneration. Es wird nie Probleme geben, wenn sowas abläuft. Dritter Punkt, wir schwitzen ins Bett, mindestens 1,5 Liter pro Nacht. Bei 365 Nächten 500 Liter in einem Jahr. In zehn Jahren, die meisten haben zehn Jahre ihre Matratze, 5000 Liter. Ja, wo geht das alles hin? Das meiste sammelt sich im Matratzeninneren und dort entsteht ein Feuchtbiotop. Vieles sammelt sich in der Füllung der Decken und Kissen. Auch dort entsteht unbemerkt von uns, weil außen ist immer alles trocken, ein Feuchtbiotop. Und es entstehen Schimmelpilze und Hausstaub mit dem Kot. Weswegen viele Menschen nachts Atemaussetzer haben, eine zu in die Nase haben, ins Schnarchen kommen. Wenn sie stark schnarchen, ist das immer ein Zeichen, dass die Nase zu ist. Ein Mensch, der die ganze Nacht durch die Nase atmen kann, hat perfekte Atmung und muss nicht schnarchen. Muss den Mund aufmachen, die Schleimhäute trocknen aus. Und deswegen ist ein Klimamanagement in einer Matratze so unglaublich wichtig. Das heißt, das, was ich reinschwitze, muss das Material von sich aus gern wieder an den Raum abgeben, damit keine Mikrobenbildung stattfindet. Also ich merke schon, Rückenschmerzen eigentlich mal auf eine ganz andere Art und Weise beleuchtet. Auch von einer Art, wo ich bisher überhaupt noch nicht drauf gekommen bin. Aber Herr Wartmann, der Unterschied zu einer normalen Matratze, Sie reden von einem Schlafsystem. Was genau meinen Sie damit? Ja, ein Schlafsystem muss die fünf Punkte, die wir gerade gesprochen haben, alle miteinander abhandeln. Weil wenn nur ein Punkt da ist, wo der Körper sagt, ah, da muss ich mich jetzt drum kümmern. Zum Beispiel, ich habe eine Matratze, wo mir der Arm einschläft. Da sagt der Körper, ich muss den Arm retten, der ist morgen früh vielleicht abgestorben und geht im Bluthochdruck. Schon ist die Regenerationszeit vorbei. Der Körper wird im Tagesmodus festgehalten. Das Melatonin hat keine Wirkung mehr. Und so ist also die Anpassung an die Matratze wichtig, das Klimamanagement. Und das kann nur ein komplettes Schlafsystem, wo die Decken die Klimafunktion, die Kissen die Klimafunktion übernehmen, die Anpassung Rost und Matratze übernehmen, wo alles so ist, dass der Körper in die Entspannung geht. Das leuchtet mir ein. Aber gibt es dieses Schlafsystem überhaupt? Oder muss ich mir das alles mühsam selbst zusammensuchen? Oder gibt es das aus einem Guss? Also lange Zeit muss man sich, wenn man schon das Wissen hatte, zusammensuchen. Inzwischen sind wir im 21. Jahrhundert angekommen und wir haben tatsächlich es geschafft, meine Frau und ich, dass wir einen Hersteller gefunden haben aus dem Mannheimer Bereich, der ein komplettes Schlafsystem zusammengestellt hat, das genau diese Kriterien erfüllt. Und dieses Schlafsystem ist wie ein Katamaran aufgebaut. Zwei Luftschläuche mit Holzlatten oben drüber, die sich perfekt an den Körper anpassen lassen, indem ein Ergonomie-Fachberater das Bett einstellt, der kommt, liefert es und stellt es gleich ein. Und ich selber werde angeleitet, wie ich mit ganz einfachen Schritten das Bett auf mich, wenn ein Jahr später meine, ich habe 10 Kilo zugenommen, aus welchen Gründen, stelle ich das Bett wieder ein bisschen anders ein. Kann aber auch jederzeit den Ergonomie-Fachberater wieder mit einbeziehen. Also das Bett ist perfekt individuell anpassbar, hat klimatisierende Decken und Kissen und ist deswegen absolut unterstützend und einleitend für den regenerativen Schlaf. Herr Wartmann, können Sie für unsere Zuschauer nochmal die drei wichtigsten Faktoren zum Thema Rückenschmerzen, worauf man genau achten sollte, dass man es auch ganzheitlich betrachtet, was sind die drei Punkte? Genau, also zusammengefasst, damit es wirklich jeder klar versteht, ist erstens Rückenschmerzen haben selten was mit mir zu tun, dass ich mich falsch bewege, zu wenig Sport mache, wir laufen ja nur noch mit Schuldgefühlen rum, so wie uns das heute alles rübergebracht wird, sondern der entscheidende Knackpunkt ist, wenn ich nachts regeneriere, geschieht es nicht. Egal, was ich am Tag für Fehler gemacht habe. Dafür ist die Nacht da, um zu regenerieren. So könnte man es ausdrücken. Zweiter Punkt. Ja, ich kann durch manuelle Therapien, durch physiotherapeutische Therapien eine Linderung meiner Rückenschmerzen erreichen. Aber dann gehe ich danach sechs bis acht Stunden wieder in ein Bett, das nicht perfekt passt, also wird es wieder auftauchen. Und wieder denke ich, ja, ich habe zu lange im Garten gearbeitet. Ich glaube, die Nordic Walking Tour war doch zu anstrengend. Es liegt halt schon an mir und ich habe jetzt schon drei Häuser gebaut, ist klar, dass ich abgeschafft bin. Das stimmt nicht. Es ist wirklich die Regeneration nachts. Und deswegen dritter Punkt. Jeder, der für seine Gesundheit wirklich Verantwortung übernehmen möchte und Informationen dazu holen möchte, kann das bei uns auch tun übrigens, muss sich mit einem Schlafsystem beschäftigen. So wie ein Fahrzeug ein komplettes Mobilitätssystem ist, eine Küche ein komplettes System ist. Unser Haus ein komplettes System ist, das wir eventuell gekauft oder gebaut oder gemietet haben. Und im Leben eigentlich alles immer über Systeme läuft. Bloß beim Bett. Das ist ein Stiefmütterchen in unserer gesamten Industrie geworden. Und da spricht man immer nur von der Matratze. Herr Wartmann, weitergehende Informationen. Ich sehe, das ist ein Thema, wir könnten stundenlang reden. Aber wo kann sich unser Zuschauer richtig individuell informieren, wie er seine Rückenschmerzen los wird? Wir empfehlen, den ersten Schritt zu machen, dass man sich unser Webinar anhört. Meine Frau und ich haben ein tolles Webinar zusammengestellt, wo man ganz logisch Schritt für Schritt in einfachsten Schritten, sodass jeder Laie locker mitkommt und trotzdem super Aha-Effekte hat, sich informiert. Und wenn dann Interesse besteht, können wir gerne jederzeit auf jedem sein einzelnes Problem eingehen und sagen, wie kriegen wir das gelöst. Lösungen haben wir für jeden. Herr Wartmann, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Ich danke Ihnen. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio.